Messerschmidt gegen Lionel Nietzsche, Mathe 3, Kampf 46, Chiara-Sophie Messerschmidt gegen Lionel Nietzsche. Auf Mathe 1 wird aufgerufen, Mathe 1 wird aufgerufen, Kampf Nummer 47, Juan Lanzen gegen Min Min Wu. Mathe 1, Juan Lanzen gegen Min Min Wu. Auf Mathe 4 wird aufgerufen, der letzte Kampf der B in dieser Runde. Tobias Falk gegen Jakob Wafzola auf Mathe 4. Vorbereiten. Auf Mathe 1 wird aufgerufen, Juan Lanzen, Athletik Energie Grimmen. Johan Lanzen, Athletik Energie Grimmen. Lauf, lauf! Auf Mathe 3 wird aufgerufen, Kampf Nummer 48, Eli Hahn gegen Mia Juli Matke. Mathe 3, Kampf 48, Eli Hahn gegen Mia Juli. Ja, sehr geduldig, war hier. Keine Chance mehr gehabt zum Bescheißen, das ist ja... Auf Mathe 2.